Dieser neue Ford Transit steht hier zum Verkauf. 9 Personen haben in diesem weißen 4 Thüringen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,4 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Schicksalte aktivieren Sie es bei hoffen Vары. Bis zum nächsten Mal. �